Eine Reihe mysteriöser Metallstählen hat in den letzten Wochen in der ganzen Welt für Aufsehen gesorgt. Am 18. November fanden Beamte des Staates Utah einen mysteriösen Metallmonolithen in der Wüste im südöstlichen Teil des Staates. Kurz darauf verschwand er wieder. Seitdem sind viele weitere ähnliche Skulpturen in der ganzen Welt aufgetaucht. Von Aliens war die Rede, die die Objekte auf der Erde hinterlassen haben sollten. Doch jetzt wurde das Geheimnis gelüftet und die Erklärung dürfte für einige enttäuschend sein. Denn es waren wohl doch keine Außerirdischen, sondern drei australische Comedians, die den Hype geplant und ausgeführt haben sollen. In dem YouTube-Video »Why I build monoliths all around the world« zu Deutsch »Warum ich überall auf der Welt Monolithen aufgestellt habe« erklären die Comedians, wie es zu den Metallskulpturen kann. Ob die Comedians tatsächlich für den weltweiten Hype zuständig sind oder ob es sich nur um Trittbrettfahrer handelt, bleibt derweil offen. Der Grund für die Aktion? Mark Samuel Bonanno, Roden Kelly und Zachary Ruane wollten mit der Aktion ihre Sendung »Auntie Donners Big Old House of Fun« auf Netflix bewerben. Das dürfte ihnen auf jeden Fall gelungen sein. Auf Wiedersehen.